Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10 Und wir befinden uns hier direkt nach der Schlacht gegen Sin Genau da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben Ich musste da die Folge unterbrechen, weil das schon ultra lange war Ich glaube es waren schon wieder eine halbe Stunde oder so Dagegen musste ich was tun Und jetzt kommt Seamors Einsatz Ich vermute der Typ wird schon wieder irgendeine brutale Beschwörung rauskloppen Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen Oh, jetzt kämpfen wir mit ihm? Und daran kann ich mich ja sogar gar nicht erinnern Okay, was hat er so noch so zu bieten? Weiß Magie, gut, hat er auch ein bisschen was zu bieten Wir hauen mal Schwarz Magie Feurer raus Unsere Beschwörung sind ja schon down Ja, wir können eigentlich auch nicht so viel bieten Wir können gleich mal gucken, ob wir Lady Yuna austauschen können So So Schwarz Magie Schwarz Magie werden wir hier nochmal Feurer raufkloppen Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung Scheiße, wir können sie gerade nicht austauschen Also können wir Bleibt uns nur die Wahl, sie einfach nur zu heilen Schwarz Magie Ja, noch zwei Runden und dann haben wir ihn Also zweimal mit ihm Feurer Alter Oh, das war ein guter Schlag So hat er immerhin die eine Hand schon wegbekommen Weiß Magie Och, wir haben mit ihm auch gar keine Machen wir mal Blitzra Ja, killt ihn auch nicht direkt Da brauchen wir noch eine Runde So, wir machen jetzt erstmal ne Milch Königsveder Und jetzt darf er ihm den Rest geben Fernichtend Sehr gut Gegen die Qualle haben wir ja auch schon in der letzten Folge gekämpft Allerdings da mit unserem Team Und nicht mit so einem OP Seymour Und die hat ein bisschen seltener angegriffen Oh, 1005 Ey, das bringt richtig Erfahrung Sehr nice Yuna 5 5 Gleich 5 gestiegen Speropas 6 Stück Die sind auch noch selten Und ein Schlafband Jetzt kommt die Superwaffe Oh, scheiße Dieses verkackte Schutzschild Eigentlich hat das ja schon echt reingehauen Diese Makina Aber Das Schutzschild von Zinn war noch heftiger Nein Nein Das ist eine Kompense Das ist eine Kompense Die Kompense Bähm, 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 Bēm, Bähm, Bähm, Bähm. Tidus chillt erstmal eine Runde. Ja. Der Krieg und seine Opfer. Von denen viele auch direkt irgendwie sich materialisiert haben. Also hier nicht mal mehr liegen. Die sind einfach Puff auseinander gefallen. Richtig, richtig bitter. Verdammt, da denkt man, man kann in Ruhe mal kurz einen Schluck trinken. Und dann geht es direkt weiter. So Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Da können wir noch ein paar Menschenleben retten. Sein Körper ist noch warm, aber ohne Atem. Seine Augen starren in den Himmel. Als ob er nur schlafen würde. Er hätte wohl keine Zeit, Schmerzen zu verspüren. Und er wollte an die Front. Zumindest ist es abgehauen, ohne uns auch noch zu killen. Das ist doch immerhin etwas. Die Musik, geil. Er hat viel krassere Beschwörung. Und er kann auch nichts tun. Ne, sie haut jetzt doch... Sie haut jetzt ernsthaft raus? Ob Tidus so das Vieh einholen wird? Und ich wollte nach Hause gehen. Ich habe immer gedacht, um Zanarkin. Und mein altes Mann. Was ist denn hier los? Wo sind wir? Was ist das? Da ist die der kleine Junge wieder. Dieser Psycho Junge. Der uns irgendwie immer verfolgt. Und da ist ein Ball. Oh mein Gott, Tidos, bist du auf Drogen? Was ist das? Sorry, mir ist eine Flasche runtergefallen. Einfach mal gedroppt. Klar, alles ist ins Gift. Also ist er gar nicht hinterher geschwommen, das war alles nur ein Traum. Dance, dance. Alle sterben und sie tanzt erst mal eine Runde. So klingt das bei ihnen. Allein du kamst nicht heim. Als wenn Sterben das Heimkommen wäre. So. Ja, ich würde sagen, so sieht eine verheerende Niederlage aus. Wir safen an dieser Stelle nochmal. Ich labere nochmal mit Big Booby. Oh, sie fragt, ob es mir gut geht. Und du nicht? Du nicht? Oh, jetzt will sie nicht mehr reden. Ja, ich denke. Ok. Hm, schön ist was anderes. Aber du bist ein Summoner. Du bist eine Spirulante Hoffnung. Bis die Schmerzen ist, musst du nicht verlassen. Entstehst du? Ja, ich verstehe. Bist du Angst? Was will er denn? Will er jetzt auch noch zur Garde gehören? Nee. Er ist ein Meester. Also ein Primaster, wie die das hier nennen. Somit steht er schon längst ein paar Stufen über Yuna. Aber ich habe hier eine Schatztor gesehen. Die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So, Hipotion erhalten. Ist man hier noch rum, oder was? Bringt nix. Oh, 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 oh weia. Kimahri. Ja, alles klar. Wieder so viele Worte dazu. Typisch Kimahri. Von den Soldaten an der Front haben nicht einmal die Hälfte überlebt. Meine ganze Einheit wurde ausgehört. Die Bürger wär's am Ende. Scheiße. Ja, Leute. Wir safen an dieser Stelle noch einmal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ja. Es gab viele Tote. Natürlich nicht so erfreulich. Aber... Wir werden sie rächen. Und das in der nächsten Folge. Naja. Wobei, das wird wahrscheinlich noch ein paar Folgen länger dauern. Aber... Bleibt stabil, meine Freunde. Und... Bis denn. Haut rein. War suits ja! Graben! Red분.